Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dying Light. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Ihr bekommt es wahrscheinlich nicht so mit, weil ich ja immer ein bisschen vorproduziere. Aber ich habe jetzt bestimmt eine anderthalb Wochen nicht mehr gespielt oder so. Bin einfach nicht dazugekommen. Wisst ihr eh wie das ist, Familie, Arbeit und so weiter, da geht es nicht immer so schön. Aber ich wollte mich auf jeden Fall mal bedanken von den bisherigen Videos, was ich jetzt bis jetzt gebracht habe in Dying Light. Ich finde es echt super, dass ihr mich da so gut unterstützt und immer schön fleißig kommentiert und liked. Und ja, ja, ihr wisst ja, finde ich echt super. Danke nochmal dafür. Und wenn es euch natürlich gefällt, würde ich mich natürlich auch in dieser Folge wieder freuen, wenn ihr mich da wieder supporten würdet. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir weiter mit Puck mit Rais. Erkunden sie sich nach dem Weg zu den Siedlungen. Na, schauen wir mal. Vielleicht habt ihr ja Kamerad hier mir was zu sagen. Ah, mein Freund. Rais mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Wo genau? Zuerst ist Jaffars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht? Da müssen wir schon nochmal überzeugen können. Und ich hoffe mal, dass es alles am Tag ist, weil in der Nacht ist es wirklich extrem. So, kontaktieren sie den GRE. Kontaktieren wir den nochmal. Schauen wir doch mal. Ich will jetzt mal wieder klarkommen hier ein bisschen mit der Steuerung, Leute. Hier reingehen. Ein Gebäude verlassen. Ich bin nicht überrascht, dass Raisa ein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach in den Abgang machen. Und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben. Okay, das haben wir ja vorher schon mal gehört. So, schauen wir doch mal. Ich glaube, wir müssen hier raus. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich klettern kann, Leute. Okay, hier ist springen. Das ist immer echt krass, weil wenn man ab längerer Zeit nicht spielt, da muss man erstmal mit der Steuerung wieder ein bisschen klarkommen. Das Beste wäre wirklich einfach komplett durchzocken das Ganze. Und dann läuft es mit der Steuerung auch. Okay, gehen wir mal hier raus. Mach ich. Ich bleib gleich hängen hier. Okay, das geht ganz gut. Ich muss hier hochkommen. Die lassen wir mal. Ich hoffe mal, die tun mir nichts. Dann gehen wir hier hoch. Hier müssen wir weiter. Am Tag geht es eigentlich noch, muss ich sagen. Bloß in Nacht ist es halt... Boah. Der hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich glaube, in der sechsten Folge oder so war das. Das war schon ganz schön krass eigentlich. So, okay. Kontaktieren wir den Burschen mal. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Rais. Aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Ja. Crane Ende. Alles klar. Jaffars Werkstatt. Ein bisschen langsamer hier. Nicht, dass unser Aussauger gleich wieder weg ist. Ich muss sagen, wenn man ein bisschen auf dem Fahrzeug bleibt, geht's eigentlich. Wenn wir hier mal reingucken. Boah. Alter Schwede. Wie kommen denn die hier rein, Mitch? Geben wir mal raus hier. Und lasst die Kameraden da drin ein bisschen spielen. Wir spielen hier draußen weiter. Boah. Schon wieder so krass das Game. Aber okay. Karim, ich bin bei der Werkstatt. Hast du dir Zeit gelassen? Erledige den Job und zwar schnell. Das ist bloß die erste Station. Okay, schauen wir mal hin müssen. Die schauen nicht zombie-mäßig aus. Jaffar. Sind Sie Jaffar? Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Rais mich schickt. Und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenn dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen. Du Arschloch. Du Arschloch. Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleif dich durch die Straßen zurück zu Rais, ha? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, schon gut. Meine Fresse. Du bist einer von Rais' Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier, hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mi casa es su casa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Alles klar. Ja. Ist das jetzt abgeschlossen? Ich hab' dir noch jetzt schon überredet. Was ist da los? Karim, ich bin's. Hab' gedroht, dem Alten die Beine zu brechen. Und es hat funktioniert, oder? Als nächstes holst du den Tribut vom Fischerdorf ab. Geh' ostwärts zum Tunneingang. Ihr Boote warten immer dort auf uns. Okay. Aber ja, schauen wir mal, ob wir ein paar Kisten sind. Ob ich denn was looten kann. Looten, Leute. Hier schaut's auch nicht schlecht aus. Spieler versteckt. Achso. Was haben wir denn hier? Alkoholmull. Kann ich übernachten? Bis zum einen auf Dunkelheit warten? Bestimmt nicht. Das machen wir nicht. Okay. Können wir nochmal schön durchlaufen. So schnell sind wir die Gott sei Dank nicht. Crane, wie geht's denn, Kumpel? Ich spiel den Laufburschen für Rais. Er hat ne Menge Macht. Er hat vielen Angst ein. Und ob er das tut? Hör mal, die Zeit dringt. Uns geht das Antizin aus. Ich geb's zwar nur ungern zu, aber ich mach mir langsam Sorgen. Ich geb hier draußen mein Bestes, Bracken. Ja, ich verstehe. Ich will nur, dass du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin auch infiziert und vergessen. Wenn das keine Motivation ist. Na gut. Dann will ich mal hoffen, dass du's bald zum Turm zurückschaffst. Will ich auch mal hoffen? Zieh hoch hier. Mensch, egal. Bäh. Das ist einer, okay. Der kommt ja bestimmt gleich hochgeballert. Treffen Sie den Booten am Tunneleingang. Am Tunneleingang ist doch hier, oder? Hier ist ein Tunnel. Boah, Mist, Sau. So. Und mal, kann ich mir jetzt hier nix bauen? Entwürfe? Hab doch hier so Mullbinden oder sowas, oder? Oh, wie ging denn das nochmal? Mull. Medikit, ein Mull, zwei Alkohol. Machen wir das doch gleich mal. Alles klar. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier unbeschadet durchkomme. Meik. Alter. Willst du mich verarschen? Boah. Das habe ich noch nie gesehen. Dieser aufgedunsten Infizierte ist einfach explodiert. Ja. Wir nennen sie Selbstmörder. Einige von uns töten mit ihnen andere Infizierte. Schießt man auf sie, vernichten sich alles in drei Metern im Kreis. Ach, du Scheiß. Du machst wohl Witze. Bleib auf Distanz, dann passiert dir nichts. Aber was ist mit dem Boden? War er dort? Nein. Hab niemanden gesehen, nur scheiß Zombies. Okay, dann musst du wohl zum Dorf gehen. Suche nach einem Mann namens Görsen. Hier spricht der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht rechtzeitig zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgengrauen. Hey, hey, hey. Okay, gehen Sie zum Fischerdorf und holen Sie etwas ab. Wo sind Sie denn jetzt hierhin? Dass ich hier gar nichts sehe. Hier geht es nicht weiter. Ich glaube, ich muss hier raus, oder? Alter Schwede. Okay, ich muss anscheinend komplett wieder raus. Hä? Okay, hier ist ein Safe-Haus. Hm, 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 okay. Ich will mir ja gleich einen Haufen erwarten, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe. Kommt mir nicht hier raus? Hier kommt mir nicht raus. Okay, dann muss ich hier wieder raus. Bräuchte irgendwie ein Safe-Haus, oder so. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Kommt ihr jetzt nochmal? Hier spricht Jade. Solltet ihr noch nicht in Sicherheit sein, dann beeilt euch. Die Nacht bricht an. Okay, ich glaube... Oh, die Nacht bricht an. Scheiße. Und euch läuft die Zeit davon. Ja. Ich glaube, ich werde zum Haus gehen. Ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ja! Ich bin ein bisschen zu gefährlich. Ich bin ein bisschen zu gefährlich. Er, erwarme dich! Hör, hauliges Scheiß an dich zu ziehen! Oh, 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 oh. okay leute ich muss jetzt mal ins bettchen glaube ich besser ist das ein schnäppchen für dich was hast du schönes also teuer mit es ist doch schon dunkel okay dann machen wir es einfach zweimal so jetzt komplett dunkel oder da geht bestimmt nicht raus bis zum tagesanbruch warten würde ich sagen leute und damit machen wir jetzt hier auch schon wieder schluss und wir sehen uns dann auf jeden fall in der nächsten folge mit die geht machen der quest wer der packt mit raiz gehen sie zum fischerdorf und holen sie etwas ab bis dahin wünsche ich euch noch viel spaß auf meinem kanal wenn es euch natürlich gefallen hat unterstützt mich ruhig ein bisschen würde mich alles sehr sehr freuen genau dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao ciao euer andy